Ich muss ganz schlicht und einfach sagen, die Stimmung, die Sie verbreitet haben auf der Gartenschau, hat sich auf die Besucher übertragen, hat sich auf uns übertragen, hat sich auf die ganze Stadt übertragen. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, auch natürlich von Seiten der Stadt Pfaffenhofen, weil Sie sind ja, ich sage jetzt mal, 90 Prozent Bürger der Stadt Pfaffenhofen und ich denke jetzt einmal, Sie werden sich in Zukunft an dem ja freuen können, was jetzt da in der Gartenschau gemacht wurde. Also für uns alle, und da spreche ich jetzt auch ein bisschen für meine Kollegin, für die Frau Linder, war es ein einmaliges Erlebnis und ich denke für Sie auch. Also nochmal Dankeschön. Nachdem der Herr Karl ja alles schon gesagt hat, was hier wichtig ist und das Buffet bereits eröffnet ist, wünsche ich Ihnen einfach auch einen wunderschönen Abend, einen guten Appetit und genießen Sie einfach den schönen, lauen Sommerabend. Und auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Dank an alle Aussteller, jedes kleine Rädchen, das hier beigetragen hat, eben dieses Gesamtwerk, oder ich habe heute schon mal gesagt Gesamtkunstwerk Gartenschau, zu realisieren. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Applaus Musik 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 Rollin', 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 rollin' on the river One more time. Rolling, rollin', rollin' on the river Ich bin so voll! Dankeschön! Dankeschön!